Ja, aber es könnte ja sein, dass ich mich mal auf dich beziehe, was du sagst. Nee, nee, machen wir das schon, da machen wir das. Mit Sie? Machen wir mit Sie, genau. Okay, ist die Kamera rein? Kamera läuft. Wunderbar, 10 Minuten, ich zeige die letzten zwei Minuten und die letzte Frage. Wunderbar, ja, da ist er jetzt Christoph Maria Herbst, bin ich froh, da war das ab. Beim letzten Mal am Roten Teppich Filmstiftung so ein Bad, der die Lucht umgekratzt hat. Ich habe mich selbst nicht erkannt, das war für einen Buchspazierer, genau. Da habe ich einen kleinen Alterssprung erzählen müssen. Und deshalb, da tat der Bad dann ganz gut her. Was war denn das schlimmste Barterlebnis in dieser Zeit? Das schlimmste Barterlebnis mit dem Bad, den ich da trug, weil der hätte sich mir, das hatte ich dir, glaube ich, da auch schon am Teppich erzählt, mir den Bad eigentlich Tag für Tag von der Haut hätte kratzen wollen. Weil meine Haut ist es einfach nicht gewöhnt, so ein Vollbart zu tragen. Mein Kopf mittlerweile auch nicht mehr gewöhnt, volles Haar zu tragen. Und das hat ja alles überwiegend Vorteile. Es kommt Luft dran, es kommt Regen dran. Man gehört mit zu den Ersten, die mitkriegen, dass es schneit. Und das ist natürlich sehr entspannt. Und alle meine Hautärzte freuen sich auch, wenn die Haut atmen kann. Aber wie heißt es so schön, wenn es der Wahrheitsfindung dient, muss man sich auch mal im Bad wachsen lassen. Und das war für diese Rolle sehr richtig. Aber den Dieter Salzmann in Ein Fest fürs Leben, den habe ich glatt rasiert und wie aus dem Ei gepellt spielen müssen und spielen können. Was auch viel besser aussieht. Dieter Salzmann, ein Hochzeitsplaner am Rande des Nervenzusammenbruchs. Was ich so schön fand, diese ganzen Menschen, die darin gezeigt werden, die kenne ich auch in meiner Firma. Das ist sozusagen so diese typischen Archetypen. Wie sehr hat man das auch schon mal selber so erlebt? Das ist einfach so ein Menschenschlag im Umfeld, wenn nicht sogar am Set. Das ist im Film super, weil dieses Ensemble ist nicht nur sehr divers besetzt, was auch toll ist und ein Stück unsere Gesellschaft abbildet, auf eine sehr unverkrampfte, sehr entspannte Weise. Sondern wir kriegen auch ein Bild davon, wie viele unterschiedliche Charaktere auf einem Haufen zusammenarbeiten, aber auch wie viele unterschiedliche Jobs gemacht werden müssen, damit das Große und Ganze funktioniert. In unserem Fall ist es so, dass es nicht funktioniert. Das kann aber damit zusammenhängen, dass wir eine Komödie gedreht haben. Und ein Film, in dem alles so funktioniert, wie man es sich erwartet hat, nennt man gemeinhin ja nicht Komödie. Also bei uns geht alles drunter und drüber. Und der Dieter Salzmann, den ich spiele, der ist halt von Hause aus Wedding Planner und hat Jahrzehnte Berufserfahrung auf dem Buckel. Also der weiß dann wirklich, wie es geht. Hat aber nur das Problem, dass er an dem Tag, diese Hochzeit, die wir im Film erzählen, er morgens schon aufsteht und feststellt, ich bin nicht die beste Version meiner selbst am heutigen Tag. Und dieses erste Pärchen, mit dem er sich dann auch unterhält, gespielt von Bettina Lambrecht und Wotan Wilke Möhring, die geben dann ja schon ganz gut vor, dass dieser Film, beziehungsweise diese Geschichte, die wir erzählen, in einem absoluten Tohuwabohu enden muss. Und so kommt es dann ja auch. Zur Freude der Zuschauerschaft, weil das kennen wir selbst aus dem Kino. Wir freuen uns immer darüber, wenn anstatt meiner gerade irgendeine Tragödie erlebt und ich selbst jetzt nicht in dieser Situation bin. Ich will jetzt den Schluss auf keinen Fall spoilern, aber Dieter denkt ja auch daran, aufzuhören. Gab es so eine Situation auch schon mal jetzt im eigenen Leben, vielleicht bei der Schauspielerei, dass man irgendwann mal sagte, weil vielleicht ein Dreh so chaotisch war, boah, ich habe keinen Bock mehr, ich mache irgendwas anderes. Also wenn ich sehe, was der Dieter Salzmann als Hochzeitsplaner, Dienstleistungssektor, im weitesten Sinne ist in meinem Beruf ja auch nichts anderes, was der da so erlebt, bin ich wieder ganz froh, Schauspieler zu sein und nicht in einem Moment, wo ich mal dachte, ist das mit der Schauspielerei wirklich so das Richtige, eine Umschulung beispielsweise zum Hochzeitsplaner gemacht zu haben. Weil das ist schon sehr krisengeschüttelt und sehr chaotisch, was er da erleben muss. Und die Zeit ist halt nicht mehr für ihn. Er erinnert sich halt gerne noch an Jahrzehnte und an Jahre, wo ihm diese Arbeit leichter von der Hand ging. Und das ist mittlerweile eben nicht mehr so. Auch er hat einen Fachkräftemangel, er spürt die Inflation und all diese Dinge. So schlimm war es aber in meinem jetzigen Beruf noch nicht, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe wieder dahin zurück, was ich gelernt habe, nämlich Bankkaufmann. Das ist ja auch ein totaler Gegensatz. So total ist der Gegensatz nicht. Du hast, wenn du schon mal an einer Bank gestanden hast, nämlich auf der anderen Seite des Tresens, und musst irgendwelchen Leuten einen Sparvertrag mit Versicherung verkaufen, obwohl die eigentlich zu dir gekommen sind, weil sie einen Kredit haben wollten, musst du schon auch mit einem gewissen verkäuferisch-schauspielerischen Talent den Leuten das andienen. Mir ging das auf den Keks. Und ich möchte gerne wissen, wann ich spiele und wann nicht. Und ich möchte gerne wissen, wann ich dieses Talent einsetze und wann nicht. Und ich möchte im Übrigen auch Figuren spielen und nicht mein Rückgrat schon am Eingang der Bank, nur weil ich da arbeite, schon gleich an die Garderobe hängen. Okay, mega geil. Und ich habe vorhin mal nachgeschaut, weil ich mir wirklich war der festen Überzeugung, Christoph Maria Herbst, das ist doch gar nicht verheiratet, genau wie ich. So, jetzt gucke ich nach und sehe, seit elf Jahren. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Noch Erinnerungen an die eigene Hochzeit? Wie war das? Chaotisch vielleicht auch ein bisschen oder so? Also ich kann nur davon abraten, die Hochzeiten zu groß aufzuhängen. Es wird dir um die Ohren fliegen. Also erstens ist das auch nach außen hin ein eher zweifelhaftes Bild, das du von dir selbst abgibst, wenn du da jetzt ein Riesenschloss anmietest und so total auf dicke Hose machst und so weiter. Es kann nur in die Hose gehen, auf die du eigentlich machst. Und eine Hochzeit sollte der romantischste und intimste Moment im Leben der sich Liebenden sein. Und das würde ich dann auch so intim und klein halten wollen. Abgesehen davon, dass bei so großen Feierlichkeiten kannst du nie allen gerecht werden. Du lädst dann zu so einer Hochzeit beste Freunde ein, die du vielleicht auch lange nicht gesehen hast, weil die vielleicht ins Ausland gegangen sind oder was auch immer. Du lädst, musst Verwandtschaft einladen, die du vielleicht in deinem Leben noch nie gesehen hast. und dich hinterher auch irgendwie fragst, die hätte ich auch besser mal nicht kennengelernt. Es stimmt ja alles, was man sich über sie oder ihn erzählt hat. Und auf niemanden kannst du dich wirklich konzentrieren. Aber es ist doch der wichtigste Moment. Es ist doch ein singuläres Erlebnis. Genau damit spielen wir in dem Film ja auch. Dass das eben deswegen so dramatisch ist, dass den Beteiligten das so um die Ohren fliegt. Also wenn man es wirklich, ich finde es schöner und so war es auch bei mir, das als Konzentrat zu halten und diesen wichtigsten Moment mit dem wichtigsten Menschen dann in dem Moment auch zu teilen. Also war das dann eher so eine kleine, kuschelige Veranstaltung? Ich liebe ja diese Set-Anekdoten. Ich weiß bei vielen Komödien gerade, was eben so leicht aussieht, ist zum Teil wirklich schwer zu machen. Gab es da auch vielleicht so hinter den Kulissen, ich sage mal, ein paar Pannen, die man beheben musste? Dinge, die nicht funktioniert haben, die eigentlich funktionieren sollten oder sowas? Dieses Team war so hochprofessionell und so unfassbar gut. Und wir haben ja mitten in Corona auch noch gedreht. Also wir mussten mit so vielen Schwierigkeiten kämpfen und dealen und haben das alles so super irgendwie hingekriegt, dass ich mit den von dir so geliebten Anekdoten jetzt gerade gar nicht wirklich dienen kann. Dann schade. Okay. Schade. Dann noch vielleicht als letztes, ich sage jetzt mal so einen Tipp quasi von einem, der es wissen muss, der Hochzeitsplaner Dieter. Welchen Tipp würdest du den Leuten draußen geben, eben damit sie ihre Hochzeit halt eben schön feiern können, damit das nicht so in die Hose geht, wie in ein Fest fürs Leben? Also wenn ihr eine Hochzeit erleben wollt, würde ich mal sagen, die hängen bleibt, an die ihr euch auch noch Jahre, Jahrzehnte erinnert, dann blast die Hochzeit total auf. Mietet ein Schloss, arbeitet mit Stretchlimos, ladet die ganze Verwandtschaft ein, auch Leute, die ihr noch nie gesehen habt, weil da wird eine Menge schieflaufen. Und an diese Hochzeit werdet ihr euch immer erinnern, wenn es das ist, was ihr wollt. Wenn ihr aber wollt, dass ihr den wichtigsten Moment in dem Leben, in eurem gemeinsamen zukünftigen Leben, nämlich den mit eurem geliebten Partner oder eurer geliebten Partnerin für euch behalten wollt, in eurem Herz einschließen wollt und einen Moment kreieren wollt, an den nur ihr beide euch erinnern könnt, der also so intim ist und so klein, dabei aber so eine Größe hat, dann macht eure Hochzeit unter euch aus. Super. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Wunderbar. Juhu, sag mal eine klitzekleine Privatsphäre.